So Leute, die drei werden jetzt ein Rennen auf ihren Liegen machen. Von hier einmal auf die andere Seite des Pools. Es geht los, Leute. Drei, zwei, eins, go. Das sieht ja wirklich, wirklich ganz jämmerlich aus. Oh Flo, der ist richtig gut. Ich würde sagen, das ist ein klarer Sieg für den Flo. Ich bin frisch geduscht. Beide Kinder schlafen. Julian holt gerade Essen ab. Ich habe mir einen Salat ausgesucht. Boah, ich habe in diesem Urlaub so viel griechischen Salat gegessen. Ich liebe den. Ich esse dann auch richtig gern Deutschland. Das fand ich lustig, weil wir in Griechenland sind. Griechischer Salat, versteht ihr? Ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt sehr auf einen ruhigen Abend. Da oben auf dem Hügel. Zieht euch das mal rein. Ganz da oben auf dem Hügel. Danke Bäume. Danke. Steht ein Haus. Stellt euch mal vor, ihr würdet da wohnen. Boah, wie krass. Seitets hac. Parce 안st候. Du hast dich。 Steht. izers. Dements 잠깐만. Das Bussens美元. Der Kuss. Der Kuss. Vielen Dank.